Wetter vor 8 Wir sehen, dass die Hitze bei uns in Deutschland keine Chance hat. Denn hier liegt unser neues Tiefdruckgebiet. Das wird von Norden her über die britischen Inseln angewärmt. Von Westen her die kühlere Meeresluft zu uns schaffen. Zuvor allerdings strömt morgen von Süden her auch bei uns in den Süden und in den Osten etwas wärmere Luft. Das können wir uns bewegt anschauen. Da sehen wir schön dieses Tief, wie sich hier eindreht. Und von Süden her die Hitze aus der Sahara nochmals in Richtung Italien und dann auch zum Balkan bringen wird. D.h. dort Dienstag und Mittwoch Höhepunkt der Hitze will er nochmals in Griechenland mit 40 bis 45 Grad. Sie sehen aber auch hier, dass die kühle Luft über die Nordsee doch relativ weit vorankommt bis zu den Alpen. Und sie schafft es dann auch am Donnerstag, Freitag, die große Hitze aus Griechenland zu vertreiben. Und wir schauen mal, wo Regen fällt. Regen ist ja vor allem in der Mitte Deutschlands noch sehr wichtig. Und Sie sehen hier, es gibt eine Menge Regen, vor allem über den britischen Inseln. Dort ist zum Teil gelb und rot zu sehen. Das sind zum Teil bis zu 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter bis rüber zu den baltischen Staaten. Auch hier im Raum der Alpen an der Grenze zur Hitze dann zum Teil starke Schauer und Gewitter. Dort immer mal wieder Unwettergefahr. Das bleibt leider auch in den nächsten Tagen so. Am wenigsten Regen hier immer noch in der Mitte Deutschlands. Aber es wird auch danach wahrscheinlich dann in Richtung August noch ein bisschen Regen kommen. Also es kann durchaus passieren, dass der Juli in vielen Regionen dann noch sogar etwas zu nass ausfällt. Das Erdiener von heute zeigt schon mal hier im äußersten Norden die dichten Wolken, die etwas Regen gebracht haben. Ansonsten davor dann aber noch größere Wolkenlücken über den Alpen. Wieder teilt starke Schauer und Gewitter. Auch in Norditalien heute zum Teil wieder Unwetter bis rein nach Kärnten. Und der Radarfilm zeigt diese Gewitter nicht. Das heißt, die Alpen bei uns blieben unwetterfrei. Aber wir sehen dieses große Regengebiet, das über Norddeutschland heute reingezogen ist. In der Nacht wird das auch noch präsent sein. Das heißt, in der gesamten Nordhälfte dichte Wolken mit leichten Regenfällen. Richtung Süden lockern die Wolken aber auf, beziehungsweise die letzten Quellwolken lösen sich auf. Dort kann es sogar sternenklar sein bei Temperaturen, die morgen früh zwischen 17 und 11 Grad für die meisten liegen werden, nur im Bayerischen Wald. Und Richtung Oberbayern kann es durchaus dann schon mal in den einstelligen Bereich abkühlen. Morgen Vormittag dann weiterhin im Norden der stärkste Regen. Über Schleswig-Holstein hat auch schon mal 10 bis 20 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Dann kommt noch die leichte Kaltfront ins Spiel. Die liegt dann ungefähr hier bis nach Nordrhein-Westfalen. Deswegen wird der Wind über der Nordsee auffrischen. Dort zum Teil stürmische Böen bringen können. Also Windstärke 8 ungefähr ist das. Und zum Nachmittag ist es dann weiterhin am sonnigsten. Vom äußersten Süden bis in die Lausitz. Die Kaltfront erreicht dann hier die Mitte, wird aber nur leichte Regenfälle bringen. Und auch von Westen her lockern die Wolken wieder auf. Die Temperaturen in der Lausitz vielleicht noch mal knappe 30. Richtung Niederbayern auch 31 Grad. Ansonsten ist es hinter der Kaltfront deutlich kühler. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen, zum Teil mit Stärke 5 im Mittel. Und der Trend für die nächsten Tage am Montag, sehr nass, teils kräftige Schauer und Gewitter. In der Lausitz vielleicht nochmals 30 Grad am Dienstag. Für alle deutlich kühler weitere Schauer und Gewitter bei 20 bis 23 Grad. Tschüss.